Willkommen zu unserem heutigen Video über eines der faszinierendsten und geheimnisvollsten Tiere unserer Wälder, den Feuersalamander. Der Feuersalamander, wissenschaftlich bekannt als Salamandra salamandra, ist leicht an seinen leuchtend gelben Flecken auf schwarzem Grund zu erkennen. Diese auffällige Färbung dient als Warnsignal für Fressfeinde, ich bin giftig. Feuersalamander sind nachtaktiv und lieben feuchte, kühle Umgebungen. Tagsüber verstecken sie sich gerne unter Steinen, in Höhlen oder unter fallendem Laub, um der Sonne zu entgehen.